Ich habe in letzter Zeit viele Videos und Bilder aus Bachmut gesehen und fand es erschreckend, wie zerstört die Stadt ist. Nur frage ich mich, wo kann man als Soldat noch Schutz finden? Tatsächlich kann man in Schutt besseren Schutz finden als ohne. Weil der Schutt dazu führt bei Angriffen, und ich rede jetzt vom Bodenangriffen, dass der Gegner keine Ahnung mehr hat, wo man ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind vor einem stehenden Haus, dann kann der Feind ja nur aus der Tür und aus den Fenstern schießen. Wenn Sie irgendwo ein Loch in der Mauer sehen, dann wissen Sie, das ist vielleicht eine Schießscharte. Aber bei einem Trümmerhaufen, zwei kleine Steine, die aufeinander liegen. Zwei kleine Objekte, ein kleiner Spalt, was nehme ich jetzt hier irgendwas, was hier liegt. Darunter ist jetzt ein Spalt dieser Größe. Wenn ein Haus zusammengebrochen ist, gibt es überall solche kleine Lücken. Ob dahinter jetzt eine Stellung ist und jemand aus diesem kleinen Ding rausfeuern wird oder nicht, kann ich als Angreifer unmöglich erkennen. Keine Chance. Das haben wir bei Monte Cassino gesehen. Die Schlacht von Monte Cassino. Die Amerikaner haben die Abtei zu Schutt gebombt. Und danach sind die Fallschirmjäger eingezogen und haben es über Monate ausgehalten. Weil die Deckungsmöglichkeit unfassbar groß ist. Um Artilleriebeschussstand zu halten, brauche ich nur ein paar Keller. Und die Keller sind am längsten heil. Die bleiben am längsten bestehen. Wenn es um infanteristische Stellung geht, bietet ein Schutt und Trümmerfeld hervorragende Deckung. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. In diesem Fall möchte ich Sie herzlich dazu einladen, nicht nur diesen Kanal hier zu abonnieren, sondern auch meine anderen Präsenzen. Im Besonderen natürlich den Hauptkanal Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Bis bald und auf Wiedersehen. Und ins